Abhängiges Entstehen und Leerheit Verantwortung und Freiheit Von Fred von Almen Ich werde an Tillmanns Thema von heute Vormittag anknüpfen, aber mit etwas anderen Worten und Bildern. Die Lehren des Abhängigen Entstehens und der Leerheit von Selbst gehören untrennbar zusammen und sind das Herzstück des Dharma. Sie werden in vielen Traditionen, vor allem in jenen des Mahayana, als die zwei Wahrheiten oder die zwei Aspekte der Wirklichkeit bezeichnet. Die als Prozess des Abhängigen Entstehens erscheinende Wirklichkeit aller Dinge wird konventionelle Wirklichkeit genannt. Die Leerheit von einem Selbst oder die Leerheit von Selbstexistenz wird als die letztendliche Wirklichkeit bezeichnet. Die konventionelle Wirklichkeit ist die Art und Weise, in der uns alle Dinge des Daseins erscheinen. Die letztendliche Wirklichkeit ist die Art und Weise, in der alle Dinge tatsächlich existieren. Ich möchte diese beiden Blickwinkel auf die Wirklichkeit erläutern und zugleich beleuchten, wie sie mit Verantwortung einerseits und Freiheit andererseits verbunden sind. Verantwortung bezieht sich hier auf den optimalen Umgang mit Abhängigem Entstehen. Freiheit meint den Geisteszustand, der durch das Erkennen der Leerheit von einem Selbst verwirklicht wird. Der Buddha erklärte, wer das Abhängige Entstehen sieht, sieht den Dharma, die Lehre über die Wirklichkeit. Genauso umgekehrt, wer den Dharma versteht, versteht das Abhängige Entstehen. An anderer Stelle fragt er, was geschieht, wenn man das Abhängige Entstehen nicht versteht? Und er führt aus, tiefgründig aneinander ist bedingtes Abhängiges Entstehen und auch tiefgründig erscheintes. Infolge des Nichterkennens und Nichtdurchdringens dieses Gesetzes gleicht die Menschheit einem verwirrten Fadenknäuel, einem Vogelnest, einem Schilf- und Röhrrichtgestrüpp. Und der Mensch entrinnt nicht dem niederen Dasein, den Leidensfährten. Er entrinnt nicht dem Kreislauf des Leidens. Was ist dieses bedingte oder abhängige Entstehen, das wir verstehen sollten, wenn wir nicht wollen? Ist unser Geist einem verwirrten Fadenknäuel oder gestrüpp gleicht und wir auf den Leidensfährten wandeln müssen? Bedingtes Abhängiges Entstehen Tillmann bzw. Gampopa nannte das überall ständig ablaufende Abhängige Entstehen Abhängiges Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen Und das Modell der Zwölf Glieder heißt dort Abhängiges Entstehen in Hinsicht auf Ursachen Im Theravada wird vor allem Letzteres gelehrt. Das allgemeingültige Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen hingegen wird selten erläutert. Dies nur als Zusatzinformation. Unter bedingtem oder abhängigem Entstehen in Hinsicht auf Bedingungen versteht man die Tatsache, dass alle Dinge in diesem Dasein, einschließlich aller Lebewesen, in einem dynamischen Ablauf von Bedingungen entstehen und auch wieder vergehen. Wir, das Leben, sind ein ständig sich wandelnder Prozess, der sich immerfort neu erschafft, um gleich wieder zu verschwinden und im nächsten Moment ersetzt zu werden, durch die nächste Erfahrung und dies in rasantem Wechsel, endlos. Erkenntnismeditation, gleich welcher Art, betrachtet und versteht das Wesen dieser Prozesse auf tiefgründige Art und Weise. Wir kennen diese Vorgänge auf der materiellen Ebene. Nehmen wir als Beispiel eine Sojabohne. Sie ist klein, grün und hart und man wird sie kaum essen wollen. Wenn sie nun drei oder vier Tage unter den richtigen Bedingungen gehalten wird, wandelt sie sich in eine weiße, knackige Sojasprosse, die essbar wird. In wenigen Tagen ist in Abhängigkeit von der ursprünglichen Bohne etwas entstanden, was völlig verschieden ist. Man kann die Sojasprosse nicht nur essen, sondern sie würde unter den richtigen Bedingungen, das heißt eingepflanzt in die Erde, mit der richtigen Dosis von Sonne und Wasser, sich in einen Sojabusch verwandeln, den man wiederum nicht essen kann. Am Sojabusch wachsen Sojaschoten und darin neue Bohnen. Das Laub verdorrt und wird zu Kompost und schließlich zu Erde. Dieselben Prozesse laufen auch im größeren Maßstab dieses Daseins ab. Das Meer, eine riesige Wasserfläche, wird von der Sonne bestrahlt. Durch die Wärme beginnt das Wasser langsam zu verdunsten. Es entstehen Regenwolken. Ein Wind kommt auf und bläst die Wolken über das Land. Wenn sie auf Hügel treffen, steigen sie auf, werden abgekühlt und entleeren sich. Es regnet. Dort, wo das Wasser auf die Erde fällt und auf Samen trifft, beginnen diese zu sprießen. Wenn die richtigen Bedingungen zusammentreffen, wachsen Bäume. Sind die Bäume groß genug, rücken die Holzfälle an und fällen sie. Es folgt der Transport in die Papierfabrik, wo sie zu Papier verarbeitet werden. Von dort wandert es in die Papierwarenhandlung, wo es gekauft werden kann. Zum Beispiel in der Form von Schreibblocks, auf die man Dama-Vorträge schreibt. Schließlich wird das Papier in den Abfall geworfen und verbrannt. Oder es findet den Weg in die Papiersammlung, wonach es wiederverwertet wird. Das Leben in all seinen Formen und Aspekten ist solch ein komplexer, endloser Prozess von Ursachen, von Einflüssen und Bedingungen und von Wirkungen und Resultaten, die ihrerseits wieder Bedingungen und Ursachen sind. Jedes Lebewesen, jedes Ding, jede Situation, jedes Ereignis und natürlich auch jede innere Erfahrung, sie alle entstehen in Abhängigkeit, als prozessbedingten Entstehens. Deshalb spricht man von Bedingtem Entstehen, ganz im Gegensatz zu Unabhängigen oder Unbedingtem Entstehen, einer offensichtlichen Unmöglichkeit. Auch das Menschsein ist solch ein dynamischer Prozess. Unser Körper wird aufgrund von Produkten anderer Körper in dieses Dasein geworfen. Er wächst und gedeiht dank allerlei Substanzen und Flüssigkeiten, die wir oben am Körper in eine Öffnung einfüllen, zu breit zerkleinern und schlucken, worauf sie verdaut und verwertet werden. Der Körper tut all dies auf wunderbare Art und Weise, ohne dass wir selbst zu verstehen brauchen, was da wirklich vor sich geht. Er fährt fort, die Nahrung weiter zu verarbeiten und schließlich die Reste auszuscheiden. Die darauf folgenden Vorgänge sollen hier nicht weiter beschrieben werden. Aber die Prozesse der bedingten Veränderung laufen natürlich endlos weiter. Auch Sinneseindrücke beeinflussen uns ständig, in jedem Moment. Wir hören, sehen, riechen, schmecken, empfinden und denken. Unser ganzes Leben hindurch werden wir erzogen und belehrt. Wir lernen aus Erfahrungen, wir erschaffen und produzieren Mannigfaltiges. Manche kreieren sogar neue Körper. Schließlich werden wir alt, zerfallen und sterben. Der Körper wird zur Asche oder zur Erde. Ein endloser dynamischer Prozess abhängigen, bedingten Entstehens. In den Erkenntnismeditationen sehen wir diese Abläufe in der direkten Erfahrung. Im menschlichen Geist laufen ebenfalls Prozesse ab, die ich hier als psychoethisch bezeichnen möchte. Sie haben einen außerordentlich starken Einfluss auf unser Wohl und Wehe, auf unser Glücklichsein und unser Leiden. Es sind vor allem diese psychoethischen Abläufe, die wir verstehen müssen, wollen wir uns nicht im verwirrten Fadenknoll verlieren, nicht auf den Fährten des Leidens wandeln. Und verstehen heißt hier, die Prozesse direkt in unserer unmittelbaren Erfahrung zu sehen, wollen wir, dass dieses Sehen und Erkennen die Kraft hat, uns wirklich zu befreien. Zu diesem Zweck müssen wir ein paar Eckpunkte in Bezug auf das Funktionieren von Karma kennen, d.h. von unseren Handlungen und den Rückwirkungen, die sie auf uns selbst haben. Es sind Abläufe, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktionieren, und zwar sowohl die inneren, karmischen Prozesse wie auch alle äußeren. Auf der materiellen Ebene ist uns das meist klar. Die Gesetze der Schwerkraft, die Gesetze der Fliehkraft und ähnliche bestimmen unser Sein. Dass aus Tulpenzwiebeln Tulpen wachsen und nicht Rosen ist uns geläufig. Dass Kühe Kälber zur Welt bringen und nicht Krokodile scheint uns selbstverständlich. Tatsächlich zeigt sich hier aber eine strikte Gesetzmäßigkeit. Nichts geschieht zufällig. Zucker süßt, Essig macht sauer. Und zwar nicht nur ab und zu, sondern jedes Mal. Unser Dasein ist ein Prozess, der ständig in Bewegung ist und gleichzeitig unbestechlichen Gesetzmäßigkeiten folgt. Karma und die Wirkung von Karma unterliegen einer Gesetzmäßigkeit auf der psychoethischen Ebene. Bevor ich die Funktionsweise beschreibe, werde ich illustrieren, wie sehr unsere gewohnheitsmäßige, konditionierte, oft stark verfestigende Art zu denken und das Leben zu betrachten, die Erfahrungen unserer persönlichen Welt prägt. Und dies nicht erst im nächsten Leben, falls es denn ein solches gibt, sondern schon im Hier und Jetzt. Ein und dieselbe Realität wird völlig verschieden wahrgenommen und erlebt, entsprechend unserer kulturellen und persönlichen Konditionierung und unserer individuellen inneren Tendenzen. Tendenzen, die genau durch diese karmischen Prozesse geprägt werden. Eine Illustration bietet die Geschichte von der weisen Frau. Am Stadttor sitzt eine Wahrsagerin. Ein Reisender will wissen, wie die Menschen sein werden, die er in der Stadt antreffen wird. Die weise Frau fragt, wie waren die Leute in der Stadt, aus der du gerade herkommst? Recht unfreundlich, kleinlich und wenig hilfreich, lautet seine Antwort. Nun schaut sie tief in ihre Kristallkugel und klärt ihn erst bald auf. Die Menschen in dieser Stadt werden nicht sehr freundlich sein. Du wirst sehen, dass sie oft kleinlich sind und nur selten hilfsbereit. Enttäuscht wendet sich der Mann ab und marschiert voller böser Vorahnungen in die Stadt. Bald nähert sich ein anderer Reisender. Auch er möchte von der Frau wissen, wie die Menschen sein werden, die er in dieser Stadt treffen wird. Wieder fragt diese, wie die Leute waren, die er in der letzten Stadt verlassen hatte. Recht freundlich, offen und manchmal auch sehr hilfsbereit, befindet der Mann. Die Seherin blickt tief in ihre Kugel und meint schließlich, Die Menschen in dieser Stadt werden freundlich zu dir sein, meist auch sehr offen und hilfsbereit. Der Mann bedankt sich und betritt guten Mutes die Stadt. Die Geschichte zeigt auf, wie sehr wir jedem Moment dieses Lebens mit der uns eigenen Konditionierung und Prägung begegnen. Diese wird nicht nur durch unser Umfeld geformt, sondern noch entscheidender durch unser Handeln und dessen Rückwirkung auf uns selbst. Eben durch Karma und seine Wirkung. Die psychoethische oder karmische Gesetzmäßigkeit besagt, dass auf unheilsame Absichten und Tendenzen hinter unserem Tun unangenehme, leidvolle Wirkungen für uns selbst folgen. Umgekehrt entstehen bei heilsamen Absichten und Tendenzen hinter unserem Tun angenehme, freudvolle Resultate für uns selbst. Genauer gesagt, Denken, Reden und Handeln aus Verlangen und Anhaften, aus Begierde, aus Geiz, aus Ärger und Hass, aus Neid, Eifersucht oder aus Arroganz schaffen leidvolle Resultate für die Handelnden selbst. Aber Denken, Reden und Handeln aus einer offenen, großzügigen Haltung, aus Liebe und Mitgefühl, aus Wertschätzung und Mitfreude oder aus Weisheit und Gelassenheit schaffen angenehme, glückvolle Resultate für die Handelnden selbst. Im Dhammapada erklärt der Buddha, Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist oder mit unheilsamer Absicht, handle mit unreinem Geist oder unheilsamer Absicht und Leid wird dir folgen. Wie der Wagen dem Ochsen folgt, der dem Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist oder mit heilsamer Absicht. Handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht und Glück wird dir folgen. Wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Der Prozess, welcher in gesetzmäßiger Weise Leid oder Glück schafft, uns bindet oder befreit, läuft in Sequenzen der zwölfgliedrigen Kette des abhängigen Entstehens ab, welche sowohl im Mahayana als auch im Theravade gelehrt wird. Was Tillmann heute Morgen abhängiges Entstehen durch Ursachen genannt hat. Hier der für uns wesentliche Ausschnitt. Abhängig von den sechs Sinnen Hören, Sehen, Riechen, Geschmack, Empfindung und Denken bzw. Fühlen entsteht Kontakt. Abhängig vom Kontakt entsteht Vedana, eine Gefühlstönung, d.h. die Weise, wie sich eine Erfahrung anfühlt, nämlich angenehm, neutral, unangenehm oder gar schmerzhaft. Daraufhin, abhängig von Vedana, entstehen Verlangen oder Abneigung. Abhängig von Verlangen oder Abneigung entstehen Ergreifen oder Loswerden wollen. Wiederum abhängig von Ergreifen entsteht Werden, Existenzbestimmendes Werden. Und schon befinden wir uns in Zuständen, die entsprechend unserer Reaktionsweisen angenehm oder leidvoll sind. Wir finden uns auf den Leidenswerten wieder oder bei geschickter, damisch-heilsamer Umgehensweise in Zuständen, die angenehm und erfreulich sind, also auf den Fährten des Glücks. Dasselbe nochmals etwas ausführlicher als teilweise Wiederholung von heute Morgen. Wenn unsere Augen offen sind, wenn Licht und Raum vorhanden sind und wir wach sind, nicht im Tiefschlaf, in einer Ohnmacht oder völlig abgelenkt, dann entsteht unweigerlich Kontakt. Moment von Kontakt ist Sehbewusstsein da. Wann immer sich unsere Augen zum Beispiel auf die Wand hier richten, entsteht die Erfahrung von Weiß. Wenn unsere Ohren intakt sind, wir wach sind und die Klangschale erklingt, findet Kontakt statt und damit die Erfahrung des Hörens. Wenn unsere Nase intakt ist, wir wach sind und ein würziger Geruch aufkommt, findet Kontakt statt und damit die Erfahrung des Riechens. Mit jeder dieser Erfahrungen zusammen tritt eine Gefühlstönung auf, eben Vedana. Mit der Seherfahrung, mit der Hörerfahrung, mit der Geruchs-, Geschmacks-, Berühr- sowie mit der Denkerfahrung. Diese Gefühlstönungen sind ausnahmslos immer entweder angenehm, neutral oder unangenehm. Die Angenehmen merken wir uns denn wir möchten sie wiederholen. Die Neutralen verpassen wir oft, obwohl vielleicht zwei Drittel der Erfahrungen in unserem Leben neutral sind. Die Unangenehmen, Schmerzhaften möchten wir vermeiden. Dies ist unsere ganz normale und natürliche Umgehensweise. Vedana, wie es sich anfühlt, wie wir damit umgehen. Es sind nicht so sehr die Erfahrungen des Sehens, Hörungs etc., selbst, sondern die verschiedenen, mit ihnen auftretenden Gefühlstönungen, Vedanas, auf die wir reagieren. Wir können dies in der Meditation bestens beobachten. Wir sehen, wie der Geist ständig und sofort auf die Gefühlstönungen reagiert. Meist reagiert er auf angenehm mit Verlangen und Anhaften, auf unangenehm mit Abneigung, Ärger oder Hass und auf neutral mit Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit. Genau dies sind die Absichten, die unser Denken, Reden oder Tun unheilsam machen. Anhaften, Gleichgültigkeit, Abneigung, Anhaften, Gleichgültigkeit, Abneigung. In endloser Folge ein ständiges Hin- und Hergeworfensein. Genau dies sind die Reaktionsweisen, auf welche Leiden folgt. Mit Aufmerksamkeit und klarer Präsenz wird dies auch sogleich spürbar. Dabei geht es nicht um eine religiöse Theorie darüber, ob es in den zukünftigen Leben leidvoll werden wird oder nicht. Vielmehr erkennen wir in der unmittelbaren Erfahrung, was wir uns da ständig antun. Wir erkennen, wie das Leid entsteht, das uns nachfolgt, wie der Wagen den Pferden folgt, die ihn ziehen. Es ist diese Reaktivität, die uns im Röhricht Gestrüpp festhält, uns auf die Leidenswerten befördert. Wie wir wissen, kann man dies ändern. Hier liegt sogar einer der Angelpunkte der Dharma-Praxis. Wir üben uns darin, im Moment von Kontakt mit Sinnes-, Denk- oder Gefühlserfahrung achtsam, gewahr und präsent zu sein und dadurch zu ermöglichen, anstatt mit Anhaften oder mit Abneigung zu reagieren, mit weiser Gelassenheit präsent zu sein. Genau das üben wir in unserer Praxis immer und immer wieder, von früh bis spät. Wenn achtsames Gewahrsein da ist, können wir wählen, ja, müssen wir wählen, und zwar immer wieder von Neuem. Manchmal wachen wir erst auf, nachdem wir uns bereits in Verlangen oder Ärger verfangen haben. Zuweilen erkennen wir die Reaktivität, fallen ihr aber trotzdem anheim. Immer öfter aber nehmen wir die Gefühlstönung bewusst wahr und bleiben präsent und gelassen, statt uns wie üblich in Festhalten oder Aversion zu verlieren. Wenn achtsames Gewahrsein inmitten des Verlorenseins in Verlangen oder Abneigung zurückkehrt, wir also aufwachen, können wir die unheilsame Reaktionsweise sogleich loslassen. Oder wir erinnern uns erst, so habe ich schon hunderttausende von Malen reagiert und es hat außer Leiden nie etwas gebracht und dann lassen wir los. Wir sehen und spüren, was läuft und erinnern uns daran, wie viel einfacher doch alles ist, wenn wir gelassen sind. Die Umgangsweise, die wir am meisten anwenden, ob gewohnheitsmäßig oder durch bewusste Praxis, wird zu der Umgangsweise, die zur Gewohnheit wird. Wie in der Geschichte von den Wölfen. Wir haben zwei Wölfe in uns drinnen, die um Führung ringen. Einen unfreundlichen, aggressiven, gierigen und einen liebevollen, weisen Wolf. Welcher der beiden wird siegen? Derjenige, den wir füttern natürlich. Ziemlich offensichtlich. Können wir die Konsequenzen daraus auch in unser tägliches Leben umsetzen? Wenn wir also mit einer angenehmen Erfahrung achtsam und gegenwärtig sind, ist es möglich, mit gelassener Offenheit anstatt mit Anhaften oder Verlangen präsent zu sein. Sei es nun eine wünschenswerte Meditationserfahrung, eine schöne Aussicht oder ein feines Mittagessen. Wenn wir umgekehrt mit einer unangenehmen Erfahrung achtsam und gegenwärtig sind, ist es möglich, mit Geduld, Güte oder Mitgefühl präsent zu sein, anstatt mit Ärger oder Hass. Sei es eine frustrierende Meditationserfahrung, ein lauter Nachbar oder gar ein herber Verlust. Jedes Mal, wenn uns dies gelingt, kommt es einem Wechsel gleich, vom wirren röhricht Gestrüpp zu den Pferden des Glücks. Wir üben uns darin, seltene Albträume und öfters förderliche und segensreiche Träume hervorzubringen. Verantwortung Wollen wir in dieser dynamischen, gesetzmäßigen Wirklichkeit glücklich und für andere hilfreich leben? Müssen wir die heilsamen inneren Qualitäten kultivieren? Zuwendung, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Wertschätzung, Geduld und Gelassenheit. Das Wesen dieser Herzens- und Geistesqualitäten wird mit dem Pali-Begriff Subana passend illustriert. Wunderschön, leuchtend, strahlend. Soweit wir uns immer wieder für einen heilsamen Umgang entscheiden, übernehmen wir im tiefsten Sinne Verantwortung für unser eigenes Leben, für unser eigenes Glück. Wir übernehmen aber auch Verantwortung für unsere Mitwelt, für die Mitmenschen und ihr Wohlergehen, soweit das in unseren oft beschränkten Möglichkeiten liegt. Wir können Dinge zumindest innerlich zum Besseren verändern. Wir wollen Hilfreiches in unserem Herzen kultivieren und auch entsprechend handeln. In diesem dynamischen Dasein, diesem konventionellen Aspekt der Wirklichkeit ist Verantwortlichkeit eine der wesentlichen Qualitäten der Praxis. Freiheit Nun zur letztendlichen Wirklichkeit, dem zweiten Blickwinkel auf die Wirklichkeit. Egal wie großzügig, liebevoll und mitfühlend wir sind, egal wie glücklich uns diese Praxis macht, tiefste innere Freiheit kann damit nicht erreicht werden. Denn was in Abhängigkeit entsteht und aufgrund von wechselnden Bedingungen existiert, kann keine endgültige Freiheit sein. Um Erwachen im Sinne der Befreiung von täuschenden, quälenden Geistes- und Herzensfaktoren zu erlangen, müssen wir die Natur, das Wesen dieses Daseins, der sogenannten konventionellen Wirklichkeit, erforschen. Im ersten Teil des Vortrags haben wir die Funktionsweise der Wirklichkeit untersucht, weil wir einen weisen und verantwortungsvollen Umgang damit kultivieren möchten. Um innere Freiheit zu erlangen, müssen wir jedoch parallel dazu ihre leere, nicht fassbare Natur ergründen. Oder besser gesagt, sie erkennen und dafür öffnen. Lasst uns noch mal zum Beispiel des Träumens zurückkehren. Durch korrektes Praktizieren können wir Albträume vermeiden und zunehmend gute Träume, das heißt angenehme Erfahrungen in diesem Leben hervorbringen. Aber um frei zu sein, müssen wir im Traum merken, dass wir träumen. Letztlich geht es um das Aufwachen aus dem Traum, ums Erwachen. Nagarjuna schreibt, so wie ein Maler vor einer fürchterlichen Figur eines Dämons, den er selbst gemalt hat, erschrickt. So fürchten sich weltliche Menschen vor ihren eigenen Vorstellungen von der Welt. So wie der Narr in einem Morast versinkt, in den er selbst gestiegen ist, so versinken die Lebewesen im Morast falscher Begriffe und getäuschter Vorstellungen, unfähig, sich zu befreien. Hält man etwas Unwirkliches für wirklich, wird man Leiden erfahren. Die Lebewesen werden gequält vom Gift ihrer falschen Wahrnehmung. Freiheit heißt, aus diesen getäuschten Vorstellungen aufzuwachen. Was ist gemeint mit letztendlicher Wirklichkeit? Dass alle Dinge leer sind von einem Ich, einem Selbst, von jemandem, der all die individuellen Erfahrungen hat oder ist. Es bedeutet auch, dass Erleben frei ist von dualistischer Trennung im Subjekt und Objekt und dass die Dinge des Daseins nicht wirklich auffindbar sind, wenn man sorgfältig nach ihrem Kern sucht. Wie sollte dies auch anders sein in diesem sich ständig wandelnden Prozess des Lebens? Vielmehr sind alle Dinge, die Welt, der Körper, Herz und Geist leer von jeglicher Art von Selbstexistenz. Das heißt, sie haben kein unabhängiges Dasein und existieren nicht aus sich selbst heraus, als ein Ding und können deshalb in keiner Art und Weise festgehalten werden. Genau dies ständig zu versuchen erzeugt alles Leid. Dinge sind zwar leer von Selbstexistenz oder unwirklich, wie Nagarjuna es ausdrückt, doch dürfen wir nicht vergessen, dass diese Unwirklichkeit den erwähnten Gesetzmäßigkeiten folgt, die Freude oder Leiden bewirken. Diese Unwirklichkeit bringt leidvolle Wirkungen hervor, wenn wir sie falsch wahrnehmen. Wenn wir in einem schlechten Traum gefangen sind, ohne zu merken, dass wir träumen, sind wir völlig ausgeliefert und leiden. Sobald wir aufwachen, sind wir frei. Doch auch wenn wir im Traum selbst bemerken, dass es nur ein Traum ist, sind wir bereits freier. Dasselbe gilt für den Wachzustand. Wenn wir aus unseren Gedanken, Emotionen und Dramen aufwachen und merken, wie sehr wir in diesem unbeständigen, nicht greifbaren, traumgleichen Dasein gefangen sind, ändert sich etwas. Wir werden freier, uns selbst und anderen weniger Leiden zu schaffen. Freier, uns für Heilsames zu entscheiden. Was bindet uns und lässt uns im Traum verharren? Das mangelnde Gewahrsein und die damit verbundene Täuschung. Wir verstehen nicht, wie die Identifikation und das Verwickeltsein mit unseren Gedanken, Vorstellungen und Dramen uns einschränken. Verblendung hindert uns daran, die Wirklichkeit und den Glauben an einen Jemand, ein Ich, das alles erfährt, zu durchschauen. So, als würden wir im Halbdunkel wegen einer Schlange vor uns am Boden in Panik geraten, ohne zu erkennen, dass es sich in Wahrheit nur um ein gewundenes Seil handelt. Das Selbsterkennen und Durchschauen Um zu verstehen, was Leerheit von Selbst bedeutet, müssen wir beobachten, wie die Gefühle und Gedanken von einem Ich oder Selbst erscheinen, wie sie sich anfühlen und was die Identifikation mit ihnen bewirkt. Nehmen wir ein Beispiel. Ich möchte in einem Geschäft ein Gerät kaufen. Der Verkäufer blickt mich irritiert an. Er ist offenbar gerade zu sehr mit seinem Computer beschäftigt, um sich von einem Kunden stören zu lassen. Was ich denn wolle, schnauzt er mich schließlich an. Ich dachte, der Kunde sei König und finde dieses Verhalten ziemlich kränkend. Wie ist dieses Gefühl von Kränkung entstanden? Wie findet die Identifikation mit einem Ich statt? Kann ich spüren, wie ein starkes Gefühl von getrenntem Selbst präsent ist? Hier können wir beobachten, wie stark Identifikation und Ergreifen von Selbst uns plagen können. Oder ich schöpfe mein Essen im Speisesaal des Meditationszentrums. Gesammelte, schweigende Achtsamkeit und Präsenz erfüllen den Raum. Plötzlich gleitet meine Hand vom Tellerrand um ein Essen saustkrachend zu Boden. Oh Schreck! Die Soße schwappt dabei auch noch auf die weiße Hose der sympathischen Frau direkt hinter mir. Ich suche das sprichwörtliche Mauseloch am Boden, in das ich mich blitzschnell verkriechen möchte. Genau jetzt, bevor wir ins Handeln gehen, uns entschuldigen, aufwischen und so weiter, können wir hinspüren. Wie fühlt sich dieser Moment an? Ist da Verbundenheit? Oder überragt ein scheinbar unabhängig existierendes Gefühl von getrenntem Ich alle anderen Gedanken und Gefühle? Denke ich an meinen Ruf, was andere von mir denken, wie ich dastehe? Hier können wir Ich-Gefühle in Aktion erkennen und verstehen lernen. Genau diesen Prozess des Selbstens können wir beobachten, wenn es etwas peinlich ist oder wir angeklagt werden oder wir Ärger und Hass erleben. Wir alle kennen solche Momente, ob sie nun trivial oder dramatisch sind. Meist übersehen wir, was sich innerlich abspielt, weil wir gerade mit Schadensbegrenzung beschäftigt sind. Darum brauchen wir eine kontinuierliche Achtsamkeit, die auch präsent bleibt, wenn Turbulenzen auftreten. Seien es unerhebliche oder dramatische. Je klarer wir sehen, wie das Ich oder das Selbst entsteht, desto schneller durch Schaume den Prozess, fallen nicht mehr darauf herein und atmen freier. Wenn der Glaube an ein solides Ich abnimmt, entsteht innerer Freiraum. Wenn das Ergreifen dieses scheinbar soliden Ichs schwindet, entsteht großer Freiraum. Wenn dieses Ergreifen sogar dann nicht auftritt, wenn es unangenehm, brenzlig oder gar beängstigend, schmerzhaft oder gefährlich wird, dann zeigt sich ein enormer innerer Freiraum. Selbstexistenz überall durchschauen. Was wir in Bezug auf unser Ich oder Selbst sehen, erkennen wir nun auch bei allen anderen Dingen. Sie alle entstehen und vergehen in ständigem Wandel. Eine Erfahrung nach der anderen wird gleich von der nächsten ersetzt, wie Rumi es beschreibt. Erfahrungen kommen anmarschiert in einer langen Kolonne. Sobald die eine ankommt, sagt die nächste schon, hau ab, jetzt bin ich dran. Nicht nur sind alle Erfahrungen vergänglich, sondern sie sind auch leer in sich selbst, das heißt nicht greifbar, traumähnlich, nicht selbstexistent. Je sorgfältiger und näher wir sie betrachten, desto weniger finden wir. Wie der Dalai Lama oft sagt, man kann keinen Ort finden, auf dem man den Finger legen könnte, wenn man genau hinschaut. Alles entsteht in komplexer Abhängigkeit. Die Wirklichkeit ist viel durchlässiger und ungreifbarer, als wir je dachten. Das betrifft nicht irgendeine abstrakte Wirklichkeit, sondern alles, was wir sind und was es gibt. Körper, Gefühle, Gedanken, Menschen, Tiere, Häuser, Zentren, Firmen, Jobs, Mahlzeiten, Kleider, Autos, Fahrräder, Besitzverhältnisse, Verbindungen, Beziehungen, Politiker, Kriegszeiten, Friedenszeiten, das Wetter. Die konventionelle Wirklichkeit, wie auch das Ich oder Selbst, sind bedingte, abhängig entstehende Prozesse, leer in sich selbst. Aufgrund von Verblendung wird die Leere, nicht aus sich heraus existierende, traumgleiche Natur des Daseins nicht erkannt, was bewirkt, dass wir uns mit äußeren Dingen und inneren Erfahrungen identifizieren und glauben, ein solides Selbst lebe und handle in einer soliden Welt. Darum werden wir im Lankavatara Sutra gewarnt, die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen, noch sind sie irgendwie anders. Unsere Welt ist nicht solide und selbstexistent, sondern leer von dieser Art des Existierens. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist. Um das zu sehen, braucht es Erkenntnis. Und genau für diese praktizieren wir hier. Sie entsteht dadurch, dass wir hinschauen und die Wirklichkeit in unmittelbarem und direktem Kontakt erforschen. Das Kultivieren von Weisheit oder Befreien der Erkenntnis, welche die letztendliche Natur aller Dinge korrekt versteht, ist der zweite der beiden wesentlichen Aspekte der Dharma-Praxis. Weisheit und Mitgefühl die zwei Flügel eines Vogels. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und für unsere Mitwelt und berücksichtigen deshalb bei unserem Handeln die Gesetzmäßigkeiten der konventionellen Wirklichkeit, innerhalb derer alles Tun wirkt. Befreiende Erkenntnis oder Weisheit, welche die Leerheit von unabhängiger Selbstexistenz richtig und klar sieht, führt zu innerer Freiheit. Wir wissen, dass das Dasein wie ein Traum ist. Gleichzeitig üben wir uns aber darin, bessere Träume zu träumen, indem wir karmisch heilsam handeln. Und da alle Lebewesen Teil des Traums sind, kultivieren wir die Qualitäten, die auch ihnen das Dasein erleichtern. Großzügigkeit, Liebe und Mitgefühl. Über dem Altar hängt eine Darstellung von Avalokiteshvara, der Personifizierung des großen Mitgefühls aller Buddhas. Seine Hände sind in der Mitte zusammengelegt und umfassen ein wunscherfüllendes Juwel. Wenn heilsames, mitfühlendes Tun zusammenkommt mit dem Erkennen des nicht fassbaren, leeren Aspektes dieses Tuns, werden alle Wünsche erfüllt. Wir brauchen beides, großes Mitgefühl und befreiende Weisheit. Mitgefühl leben wir unsere Verantwortung im Dasein und durch klar erkennende Weisheit sind wir innerlich frei. Wir brauchen beides, großes Mitgefühl und befreiende Weisheit, so wie Vögel zwei Flügel brauchen, um zu fliegen. Was K Untertitelung des ZDF, 2020